Erfolg ist eine Treppe, jede Stufe muss man gehen, denn Glück ist was für Leute, denen die Ausdauer fehlt. Das, meine lieben Freunde, war ein Zitat von Kontra K und nachdem wir in der letzten Woche, in der letzten Folge gesagt haben, wir fangen an mit Zitaten am Anfang des Podcastes, um hier auch ein bisschen Motivation reinzubringen, habe ich mir ein bisschen die Mühe gemacht, mal ein paar Zitate rauszusuchen und die werden wir jetzt so jede Woche, finde ich, mit der Folge beginnen. Ist mal ein cooler Einstieg und soll auch die Leute da draußen etwas motivieren und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More. Heute wieder nur mit René, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe es ein bisschen vercheckt, war meine Schuld, deswegen Benji heute nicht dabei, aber wir hoffen dann nächste Woche wieder zu dritt aufnehmen zu können. Erstmal herzlich willkommen an dich René, alles fit bei dir? Soweit alles sehr, sehr gut und selber, wie sieht es bei dir aus? Alles fit, ein bisschen scheiß Wetter draußen, gut, es hat geschneit, jetzt ist wieder alles weg, also so richtig schönes, ich mag Winter teilweise nicht. Matze Pampe. Ja, so, also es taut halt alles wieder, es ist richtig eklig, es macht keinen Spaß, so da draußen rumzulaufen. Ah, weiß ich auch nicht. Bist du Winterfan oder Sommer? Mal so, mal so, unterschiedlich so, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, es ist mal so, mal so, in der Regel habe ich warmes Wetter eigentlich so ein bisschen lieber, Winter ist halt angenehmer, so den ganzen Tag vorm Rechner zu hängen, vor allen Dingen abends so, dann ist schön Ofenzeit, vor allen Dingen ich mit Schlafproblemen, sich dann abends mal drei, vier Stunden vorm Ofen zu setzen, das ist dann wie Meditation, dann ballert man davor so gefühlt weg und guckt fünf Stunden lang im Ofen, denkt sich, boah fuck, in zwei Stunden musst du aufstehen, aber im Grunde bin ich fit. Einen Ofen hätte ich auch gern, das ist sowas, ah, das würde ich mir echt mal träumen, so einen scheiß Ofen irgendwie in der Bude zu haben, aber das ist dann immer so trockene Luft, das finde ich da auch so geil. Du hast so Wasserkessel, die du oben drauf stellen kannst, stellst du Wasserkessel oben drauf, machst du Wasser drauf und wunderbar, dann hast du auch nicht diese trockene Luft, dann geht das. Guter Tipp, werde ich mir merken, wenn ich irgendwann mal einen Ofen habe. Und noch eine kleine Neuerung, gut, das seht ihr jetzt nicht, aber René hat sich eine Brille gegönnt, ich weiß nicht, hast du Videos schon mal mitgemacht? Nee, ich mache zur Zeit ja auch viele Videos ohne Facecam, frag mich nicht warum, so Stream fällt bei mir leider zur Zeit auch hintenüber, hat nicht so viel Priorität, das passiert viel im Hintergrund, bezüglich Programmieren und so. Na ja, Brille ist schon angenehm mit Blaulichtfiltern, muss man ganz klar sagen. Kann ich jedem nur empfehlen, der viel am Rechner sitzt, aber holt euch keine von Amazon oder so. Nee, das taugt alles nix des Zeugs. Aber die steht ja echt gut, muss ich echt sagen. Also wenn ihr ihn mal so seht. Danke dir. Lass dir ein Kompliment da. Das sieht smarter aus. Ich dachte mir immer, ja, nee, manchmal so früher als Kind oder so, dachte ich mir auch, oh, Brillenträger und sowas, ich hoffe, ich muss niemals eine Brille tragen, aber mittlerweile finde ich, auch wenn ich es so ja nicht brauche, aber an sich finde ich es irgendwie schon cool, mit Brille rumzulaufen. Ich hätte gerne so einen Monockel. Nee, also, nee. Also wenn du mit damit anfängst, weiß ich nicht, ob ich dir da noch irgendwelche Komplimente hier im Podcast mache. Glaube ich mal eher nicht. Ich würde sagen, wir kommen langsam aber mal auch zu den wichtigen Themen. Wie würdest du das Zitat interpretieren? Fangen wir einmal ganz kurz damit an, das von Contra K. Wie ich es interpretieren würde, warte, ich muss es mir gerade nochmal aufmachen, weil ich es am Handy gespeichert habe. Ich finde es eigentlich perfekt getroffen, weil Glück, deswegen, ich finde so diesen Spruch mit, du wünschst jemandem Glück, finde ich irgendwie falsch. Also natürlich ist es etwas Positives, aber Glück bedeutet immer so, ja, hast du halt Glück gehabt, dass du das und das erreicht hast, da steckt irgendwie nichts dahinter. Und dann lieber so Erfolg ist, was du dir über Jahre, Monate einfach aufbaust und so. Du weißt, okay, du hast den Step gemacht und den Step gemacht. Und so dieses Glück, weiß ich nicht, das ist halt so, jeder wünscht dir in der Schulzeit Glück, jeder wünscht dir in der Ausbildung Glück. Sobald du irgendwas machst, aber irgendwie mal so ein bisschen drüber nachdenkt, meiner Meinung nach, ist es, glaube ich, gar nicht so positiv, von Glück zu sprechen. Stimme ich dir von und ganz zu. Haben wir quasi auch im Grunde direkt das Beispiel zum Thema Lottogewinner. Wie viele Lottogewinner hast du, die in ein paar Jahren wieder pleite sind? Die haben einmal Glück gehabt im Leben und wer Glück im Leben braucht, hat schon verloren. Das ist vielleicht eine harte Aussage, aber das ist einfach so, durch Konstanz, Disziplin und offen sein und immer weitermachen, kommt ja weiter. Ich würde sagen, wir leiten aber jetzt langsam mal zum eigentlichen Thema dieser Folge über. Warte, eins würde ich noch sagen, das mit Lottogewinnen, das Thema hatte ich gestern auch beim Kaffee trinken. Genau das Thema hatten wir auch so mit Glück und sowas ganz kurz mal. Auch jeder Lottogewinner, wie du es gerade gesagt hast, die sind meistens früher wieder pleite, so schnell hatten sie das Geld gar nicht. Also es ist so typisch einfach Beispiel und da finde ich passt es echt perfekt mit diesem Glücksbeispiel. Jetzt darfst du anfangen. Sehr schön. Ne, wir kommen zum eigentlichen Thema. Wir haben ein paar Runden geplant, Psychologiefolgen einzubringen zum Thema Tradingpsychologie, ein bisschen Alltagspsychologie, Entwicklungspsychologie, was für Schäden entstehen bei Menschen und so weiter und so fort. Entwickelt sich alles Step by Step. Diese Folgen streuen wir immer mal wieder so ein bisschen ein. Von meiner Seite so ein bisschen der Hintergrund. Ich habe mein Semester Psychologie studiert. Sehr, sehr interessant im Übrigen. Ich habe es allerdings abgebrochen, habe mich ein bisschen gelangweilt. Klingt jetzt so ein bisschen konträr, aber es ist nicht das, was ich machen möchte. Mir am Ende des Tages im Marketing tätig sein, in der Forschung tätig sein. Ne, ist einfach nichts. So für mich gewesen. Das ist einfach ultra interessant, aber im Grunde, ne, mich hat es in dem Moment dann einfach nicht so gepackt und ich brauche es nur für mich, für meine eigene Entwicklung und so weiter und der Rest drumherum interessiert mich meistens halt nicht. So, ich habe drei Fragen mitgebracht an der Stelle, beziehungsweise wir machen jetzt eine vierte Frage draus, die mir gerade noch in den Kopf geschossen ist. Was beinhaltet Psychologie so ein bisschen für dich? Was ist dieser Überbegriff für dich? Wie definierst du den? Mit was bringst du das in Verbindung? Boah. Schwierige Frage. Psychologie ist halt umfangreich, ne? Jetzt überrollst du mich ganz ehrlich so ein bisschen mit Psychologie, spielt halt echt vieles mit, ne? Aber so richtige Antwort kann ich dir jetzt ehrlich gesagt so jetzt vornherein jetzt nicht, wenn du mir jetzt Beispiel nennst, wahrscheinlich dann schon eher, aber jetzt so an sich Psychologie, auf was bezogen halt, ne? Auf alles im Grunde? Du hast ja so gewisse Alltagssituationen, wie zum Beispiel schwarzer Humor und sowas, wieso feiert ein Mensch schwarzer Humor? So, das beziehe ich jetzt mal so ein bisschen auf mich und erzähle so ein bisschen aus der eigenen Kiste, sage ich mal. Ich persönlich liebe absolut schwarzen Humor. Desto dreckiger und ekelhafter ist, desto mehr lache ich mich drüber kaputt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum ist das so? Warum mögen Menschen schwarzen Humor? Ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht erzählen, denn es gibt ja auch so ein bisschen diesen Begriff Bauernpsychologie. Das beinhaltet, wir schließen von unserem eigenen Innenleben auf das Innenleben anderer Menschen, was grundlegend falsch ist, was man niemals machen darf. Wenn man nämlich als Mensch geboren wird, muss man sich praktisch psychologisch als weißes Blatt Papier betrachten, was dann angefangen wird zu beschrieben. Und jeder hat seine eigene Geschichte und entwickelt sich dadurch Step by Step auch. So, und jetzt kommen wir mal wieder zu dem Kontext zurück zum Thema schwarzem Humor. Bei mir ist es so, ich habe zwei, drei Traumata und so weiter und so fort. Lassen wir jetzt aber mal dahingestellt sein. Und ich habe ein sehr geringes Selbstwertgefühl, ist jetzt das falsche Wort, aber ich fühle mich minderwertig anderen Menschen gegenüber. So, und dadurch überkompensiere ich das mit schwarzem Humor. Desto ekelhafter er ist, desto mehr lache ich mich darüber kaputt, um das Ganze mit Humor zu kompensieren. Das geht jetzt schon sehr tief. Das geht sehr tief. Aber auf so Trichter muss man erstmal kommen. Ja, ich verstehe halt irgendwie, äh, verstehe ich den Sinn halt irgendwie nicht dahinter, ne? Also weißt du, wenn du wenig Selbstwertgefühl hast, also... Nein, ich fühle mich minderwertig im Vergleich zu anderen Menschen. Andere Menschen sind wertvoller als ich selber, so betrachte ich das Ganze, sehr unterbewusst. Okay. So, und dadurch, schwarzer Humor ist ja meistens jemandem einen reindrücken, irgendetwas schlecht reden oder sowas in die Richtung, wie mein Humor ist so schwarz, der arbeitet schon für mich. Kategorisiert ja quasi eine Gruppe von Menschen und betrachtet die ja eher als minderwertig. Und das ist die Überkompensation dazu. Ist sehr tief gedacht natürlich auch, aber es ergibt im Endeffekt jedes Mal Sinn. Und es ist einfach gigantisch, was passieren kann, wenn man Menschen einfach nur die falschen Dinge sagt. Wenn Eltern ihren Kindern die falschen Dinge sagen, immer wieder vermitteln und, und, und. So, war jetzt eigentlich nicht das Thema für heute. Gehen wir später irgendwann auch nochmal so ein bisschen tiefer drauf ein. Ich wollte das heute jetzt eher ein bisschen auf das Thema Trading beziehen. Was sind psychologische Hürden im Trading, würdest du sagen? FOMO. Alles zu einfach dargestellt. Psychologisch, äh, ja, würde ich jetzt... Ja, wie gesagt, das ist zu einfach für viele oder viele, ähm, werden übermütig. Viele nehmen sich zu wenig Zeit für das ganze Thema an sich. Was ja eigentlich hochkomplex ist. Also Trading ist ja, würde ich jetzt mal behaupten, mit das Schwerste, was du dir überhaupt so aussuchen kannst. In der ganzen Thematik und sowas, bis du das alles mal gecheckt hast. Die Psychologie halt dahinter auch. Sagt man ja auch immer. Ja, Psychologie dahinter ist extrem schwer. Ähm, ja, das ist halt so das, wo ich sagen würde, da haben viele ihre Schwierigkeiten mit einfach. Ähm, ja, stimme ich dir zu. Ich finde, das, das Schwierigste für die meisten Menschen ist es, oder wo die meisten Fallstrecke drin sind, die halten sich nicht an ihre eigenen Pläne. Ja, würde ich, würde ich zustimmen. Ja, weil du, ähm, kenne ich mal Beispiel, wie ich angefangen habe. Ich habe am Anfang viel abgeguckt, ne? Das war halt so, okay, du machst deine eigene Strategie und dann guckst du dir Videos an. Du guckst, was weiß ich, TikTok, Instagram, alles mögliche halt. Und dann lässt du dich beeinflussen, so indirekt, ne? Und das ist dann meistens nicht unbedingt das Beste und du zweifelst halt wiederum ein bisschen an dir, ne? Genau, du fängst an, an deiner eigenen Strategie zu zweifeln, siehst dann hier wieder was, siehst dann da wieder was und denkst, oh, das ist ja besser, machst dann mal diese Strategie, mal jene Strategie, übernimmst dann das mal und daher dann ja auch so ein bisschen dieser bekannte oder berühmte Satz, hin und her, mach Taschen leer. So, das entstehen natürlich auch Zweifel, wenn du deine eigene Strategie gebaut hast. Das kann ja so simpel wie genial sein, wie, dass du dir ein EMA-Ribbon auf dem 15-Minuten-Timeframe nimmst und einen Oszillator oder Wave-Trend auf drei Minuten quasi. Und dann sagst du einfach über dem EMA-Ribbon gehst du long und wenn der Oszillator dir unten das Long-Signal gibt als Signalgeber, gehst du halt long. Bist du unter dem EMA-Ribbon und der Oszillator sagt dir short, gehst du short. Das Leben kann richtig simpel sein quasi. Könnte man sich so betrachten, ne? So, nur dann kommt halt meistens auch so dieser Moment, okay, ist ja gar nicht so schwer das Ganze. Dann machst du das drei, vier Mal, kriegst drei, vier Mal hintereinander voll aufs Fressbrett und dann Anfänger-Trader zweifeln dann an sich selbst oder haben eine sehr, sehr labile Trading-Psyche, ohne das jetzt böse zu meinen an der Stelle und betrachten das so, boah, die Strategie ist ja scheiße, funktioniert schon gar nicht. Suchen dann die nächste Strategie raus, traden die nächste Strategie, da kriegen sie dann auch drei, vier Mal aufs Fressbrett und in der Zeit hätte die andere Strategie mit den EMA-Ribbons wieder drei, vier, fünf Mal hintereinander funktioniert. Und da wäre dann der Gewinn gewesen. Und in diesem Moment, wo die Strategie angefangen hätte, Profite zu erzielen, haben sie die Strategie gewechselt. Warum? Kein Vertrauen, keine Kontrolle und so weiter. Durchhaltevermögen fehlt halt. Genau, das ist halt auch so. Aber, sorry, wenn ich dich jetzt auch unterbreche, hat aber auch ein bisschen so Generationen heutzutage, glaube ich, zu tun, oder? Ich glaube, das hätten auch viele Ältere. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe zwei, drei Leute bei mir, mit denen treffe ich mich halt auch immer und die machen stellenweise auch immer dieses Hickhack, die schon im älteren Bereich sind, 40 plus, sage ich mal. Und das ist halt nicht gesund oder halt nicht gut. Never change a running system. Na gut, da ist aber dann, wenn du den Spruch sagst, dann ist es halt auch so, es muss halt erst mal funktionieren. Wie du es jetzt gesagt hast, okay, never change a running system, dann musst du es aber auch länger prüfen und nicht nur vier, also so vier Mal oder sowas. Du probierst jetzt die Strategie. Das sind halt auch so ein bisschen diese Lehrjahre einfach im Trading oder so diese Lehrmomente, wo du dann halt dich ausprobieren. Keiner kann von Anfang an eine Top-Strategie feststellen. Also du musst schon am Ball bleiben. Und da finde ich schon, dass das auch ein bisschen heutzutage so ein bisschen damit zu tun hat, Aufmerksamkeitsspanne, Ablenkung und sowas, dass das schon immer mehr ein bisschen nachlässt, dass du halt an einem Punkt so festhältst. Weißt du, was ich meine? Genau. Dazu dann nochmal so ein bisschen der Vergleich. Voll viele Fragen immer, wie schnell werde ich reich durch Trading? Oder wie schnell kann ich damit so und so viel Geld verdienen? So diese Fragen, die sind immer so ein bisschen Anfänger behaftet, sage ich mal. Das machen viele Anfänger so. Für einen Masterabschluss, drei, fünf Jahre studieren gehen, drei, fünf Jahre Doktortitel, kein Problem. Mach es immer eben. Aber funktioniert Trading im ersten Jahr nicht? Geben sie auf und sagen, ja, was ist das denn für ein Scheiß? So, stellt euch nicht die Frage, wann fange ich an, damit Geld zu verdienen, sondern interessiert mich das Thema? Habe ich da Bock drauf? Wenn ja, setz dich hin, fang an zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Der Prozess kommt Step by Step. Ja, stimme ich dir zu. Da wären wir aber auch bei dem Zitat, was ich gleich am Anfang vorgelesen habe. Passt da eigentlich relativ gut da rein jetzt. Passt sehr gut. Machen wir das eigentlich so? Nächstes Zitat bin ich dran. Können wir gerne machen. Also wir können es gerne im wöchentlichen Wechsel machen, wenn du Bock hast. Ja, ich hätte da schon Bock drauf, weil ich suche mir immer meine Zitate. So, ich bin schon am Suchen und am Aufschreiben. Ja, ich finde, aber dafür, dass das jetzt nicht abgesprochen war, war das Zitat, was ich vorgelesen habe, sehr, sehr gut für diese Folge jetzt. Weil das passt jetzt sehr, sehr gut da rein. Finde ich auch traumhaft. Jetzt, wir kommen mal zur nächsten Frage. Was sind wiederkehrende Denken und Verhaltensweisen beziehungsweise wiederkehrende emotionale Reaktionsmuster beim Trading? Du hast ja auch das Buch gelesen, das große Buch der Chartanalyse. Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ganz ehrlich, da musst du ja kein Buch lesen. Also was kommt immer wieder? Du hast einerseits die Glücksgefühle, du hast andererseits die kompletten Hassgefühle, dass es nicht funktioniert hat. Du bist, ja, kann man traurig dazu sagen, ja, traurig im Endeffekt schon, weil es nicht funktioniert hat. Also da kommen ja, im Trading kommen so viele Gefühle auf dich zu und das möglicherweise im Stundentakt so gefühlt. Vor allem, wenn die Trades mal für dich laufen und dann plötzlich komplett reingeschissen, mal auf Deutsch gesagt, dann versuchst du deine FOMO im Kopf, ah, ich will das Geld wieder reinkriegen und sowas. Dann fängst du an, dir Stress im Kopf zu machen und sowas. Also du hast, du wirst, kann man da, Endorphine passt, das ist ein ganz gutes Wort. Du wirst halt komplett überrannt von deinem ganzen Gefühls. Also alles, was in deinem Kopf geht, so viel einfach vor, vor allem am Anfang, finde ich. Ja, das habe ich stellenweise halt immer noch manchmal. Ja, das ist immer noch, 100%ig kannst du niemals abschalten. Du bist ja auch länger dabei als ich. Das funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht, aber du hast gerade schon so diesen ersten Punkt gebracht, worauf ich hinaus wollte, dieses Revenge-Training oder Rache-Training. Du verlierst Geld, bekommst auf die Fresse und sagst dann so, jetzt will ich es dem Markt aber zeigen, jetzt kriege ich mein Geld zurück. Riskierst dann nicht, sage ich mal, ein Prozent pro Trade, sondern du sagst, nee, jetzt gehe ich mit zwei Prozent rein, ich brauche mein Geld wieder. Und wie als würde es der Markt wissen in diesem Moment, kassierst du direkt wieder voll eine aufs Fressbrett. Und zwar ganz kompromisslos. Und warum? Weil es so geplant ist. Weil du sollst, und das ist so ein übel wichtiger Spruch, den habe ich mir über die letzten Jahre immer wieder antrainiert, folge nicht der Masse. Und das gilt nicht nur beim Trading, das gilt auch im privaten Leben. Das gilt, finde ich, überall. Wenn du das machst, was alle machen, endest du da, wo alle anderen enden. Und das ist nicht so ein Punkt, wo ich persönlich halt einfach hin wollte. Und worauf ich noch hinaus wollte, ist dieses Overtrading. Kennst du ja, denke ich, auch aus deinen Anfangszeiten, wo du in einer 10-Minuten-Periode 15 Trades rausgeballert hast, so gefühlt, einfach nur um Knete zu machen. Manchmal hast du Glück und dann gibt es allerdings auch wieder volle Kasuppe auf die Nase. Wenn du 25 Trades in einer 10-Minuten-Pam-Machst, das ist schon echt hart schmerzlich. Boah, das Schlimme ist eher, du fängst an mit einem Dreierhebel, dann denkst du, oh, Trade war scheiße, Sechserhebel, boah, der war wieder scheiße, ey, komm doch mal ein Zwölferhebel. Und das ist halt dann so eine Endlosspirale. Und dann bist du im Strudel gefangen, weil du immer wieder versuchst, deine Kohle zu machen. Also du versuchst, deine Kohle, die du verloren hast, versuchst du halt einfach wieder gut zu machen. Aber so funktioniert es halt einfach nicht. Wenn das dann funktioniert, in so einer Phase, du gehst einfach blind in Trades rein, dann ist das Glück. Dann hat es nichts mit Erfolg zu tun oder mit Strategie, dann ist es wirklich Glück. Was würdest du denn den Anfängern mit auf den Weg geben? So im Bereich, wie kann man sich psychisch auf das Trading-Geschäft vorbereiten, und was kann man von Anfang an versuchen, so ein bisschen zu vermeiden? Komm mal, also wie ich anfangen würde, erstens empfehle ich jedem, der überhaupt damit starten will, ihr braucht Zeit. Weil ohne Zeit bist du verloren. Du musst dich auf dieses Thema konzentrieren können. Du brauchst einen Fokus da drauf. Man sollte sich vielleicht einlesen, wie du sagst, das eine Buch da, wo ich dir ja damals empfohlen habe, das große Buch der Markttechnik. Es gibt aber auch viele, viele andere Bücher. Jetzt nur mal so, darin einlesen, dann üben, üben, üben und dranbleiben. Und nicht nur, weil es nicht funktioniert, dann aufhören damit, weil keiner gewinnt am Anfang. Wenn dann, da ist es dann viel mit Glück behaftet, aber auf jeden Fall dranbleiben. Mindset ist so ein Thema, wird meiner Meinung nach ziemlich häufig, oder jetzt mittlerweile echt ziemlich inflationär einfach bezeichnet. Es ist ein wichtiger Begriff, Mindset, aber ich glaube, viele verstehen das immer so ein bisschen falsch, das Thema, aber es ist einfach wichtig, dass du deinen Kopf, deine Gedanken und natürlich auch deine Psychologie, wenn wir schon bei dem Thema sind, einfach unter Kontrolle hast. Also blind zu sagen, ey komm, ich habe jetzt hier 100 Euro, ich will daraus nächste Woche 1000 machen, ich fange jetzt an mit dem Trading. Komplett falsche Einstellung. Wenn du Traden lernen willst, dann brauchst du Zeit, ja, Nerven und Durchhaltevermögen. Das sind so die drei wichtigsten Dinge, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau, man braucht auf jeden Fall Geduld und man muss Einsatzbereitschaft mitbringen. Ja. Und was viele dann ja auch machen, ist, wenn sie am Anfang ordentlich auf die Fresse gekriegt haben, ich bin zum Beispiel einer dieser Menschen gewesen, ich habe richtig viel Knete in den Sand gesetzt. Ich werde noch keinen Betrag sagen, irgendwann vielleicht noch nicht, aber ich habe richtig viel Knete in den Sand gesetzt. die Zahl hatte nicht drei Nullen, die Zahl hatte vier Nullen und das tut dann weh. Es tut richtig, richtig weh. Vor allem, wenn man keine Kohle sonst so übrig hat, kenne ich das Gefühl. Genau. So, man hat keine Kohle übrig, man sagt, okay, ich muss unbedingt Geld verdienen, ich mache das jetzt über das Trading und die Kohle, die man dann eigentlich zum Überleben braucht, die verballert man dann noch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, das sind dann so diese falschen Ansätze. Wie stehst du zum Demo-Trading? Das hat man, glaube ich, schon mal in der vorletzten Folge oder sowas behandelt. Ich sehe das echt zwiegespalten, weil das Ding ist, manche sagen, ja, sie haben Erfolg damit, das Problem ist, du trainierst deinen Kopf nicht, weil du halt, ich meine, es gibt Börsen, da kriegst du halt, keine Ahnung, 100.000 Euro Demo-Konto. Ja, wenn du es verzockst, dann verzockst du es, aber dann lernst du halt dabei nichts, weil du musst ja auch den Sinn von Geld verstehen. Wenn du fremdes Geld verzockst und das ist ja Demo-Geld, das Geld gibt es ja eigentlich gar nicht, dann tut dir das ja nicht weh. Dann denkst du dir so, yo, dann hole ich mir halt neue 100.000 und irgendwann klappt es dann halt mal, obwohl du überhaupt keinen Sinn und Verstand für das Geld hast, was da eigentlich vertradet wird und dann geht es halt dann schief, wenn du möglicherweise mit Echtgeld anfängst. Es gibt Beispiele, die haben gesagt, ja, mit Demo-Geld hat es gut angefangen und dann ging es auch so weiter mit Echtgeld. Ich bin da kein Fan von, weil du deinen Kopf nicht trainierst, weiß ich nicht. Also ich würde es persönlich einfach nicht machen, weil du den Wert des Geldes dann auch nicht schätzt, mit was du da handelst. Du kriegst einen komplett falschen, nochmal auf diese 100.000, beispielsweise du kriegst ein 100.000 Dollar Konto, dann machst du 10%, dann hast du 10k verdient. Wenn du jetzt, dann denkst du so, boah geil, ich habe jetzt in zwei Wochen 10k Demo-Geld gemacht und dann sagst du, ja okay, ich habe jetzt mal als Beispiel 10k auf der Seite, die investiere ich jetzt rein und dann geht das vollkommen in die Hose und ich glaube, dann bist du richtig gebrochen, wenn du dieses Geld verlierst, weil du vorher nicht klein angefangen hast, sondern mit Demo-Geld und dann denkst du, ja funktioniert doch alles und dann knallt es einfach richtig rein und dann ist glaube ich nicht nur die Trading, in Anführungszeichen Karriere vorbei oder Trading als Geschäft für dich, sondern ich glaube, dann killst du deinen Kopf mit Gedanken, die noch viel, viel weiter rausgehen. Ja, so in der Art ist es bei mir gewesen, also ich habe auch nicht mit Demo-Trading angefangen, aber ich habe getradet mit relativ großen Summen und ich habe halt richtig aufs Fressbrett bekommen und glaubt mir, ihr sagt danach voll im Arsch, ihr seid richtig gerippt, ihr habt keinen Bock mehr, ihr wollt nicht mehr mit eurer Familie reden, ihr wollt nicht mehr mit Freunden reden und, 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 ihr wollt euch nur vergrämen und verstecken. So und 95% oder sagen wir sogar 99% aller Menschen würden an diesem Punkt einfach aufgeben und sagen, nee, ich lasse das Ganze sein, aber das ist der Punkt, wo ihr euch dann entweder anfangt hinzusetzen, das ordentlich zu lernen oder ihr gebt einfach auf. Wenn ihr aufgebt, dann seid ihr halt einfach in diesem Moment Versager. Gebt ihr nicht auf, seid ihr keine Versager, dann fangt ihr an, es ordentlich zu lernen und habt die Möglichkeit, das Ganze dann in diesem Moment auch wieder gerade zu bügeln. Und ich gebe dir in diesem Punkt recht, dieser Schmerz, Geld zu verlieren, ist quasi an der Börse auch relativ wichtig, denn Schmerz ist eine der besten Lehrerfahrungen, die wir machen können oder das ist der beste Triggerpunkt, aus dem wir Menschen lernen können. Soll jetzt nicht heißen, wenn eure Kinder was falsch machen, solltet ihr denen eine geben oder so. Auf gar keinen Fall an der Stelle. Das ist ein ganz anderes Beispiel dahinter. So, nur Schmerz kann mit Abstand unser größter Lehrmeister sein. Packst du als kleines Kind auf die Herdplatte, verbrennst dich, machst du nie wieder. Ja, ist einfach so. Demo-Konten bieten allerdings, wie ich finde, mittlerweile sehr, sehr viel Potenzial, das Ganze auch zu lernen, denn Trading ist ja ein sehr, sehr stressvoller Beruf, sage ich mal, für die Psyche und für dich selber einfach in diesem Moment, weil du spielst mit deinem eigenen Geld, du wirtschaftest mit deinem eigenen Geld und bist quasi ständig der Gefahr ausgesetzt, alles zu verlieren. So, was gibt uns in diesem Geschäft denn Sicherheit? Was meinst du mit Sicherheit? Was gibt uns ein Gefühl von Sicherheit im Trading-Geschäft? Die Frage check ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, auf was du jetzt hinaus willst. Nein, alles gut. Sicherheit gibt uns im Grunde klare Situationsabläufe, klare Strukturen. Strukturen bieten uns immer Sicherheit. Ach so, ja, okay, ja. Ja, das ist das zum Beispiel, was ich gerade nicht an den US-amerikanischen Börsen verstehe, dass es ballert ohne Ende, es macht überhaupt keinen psychologischen Sinn, es macht keinen marktüblichen Sinn. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, finde ich super, wie der US-Mark läuft. Ich habe so viele große Aktien. Ja, ich finde es auch super für meine ETFs, für meine Aktien, das ist alles top. Für meine Short-Trades ist es natürlich nicht so geil, aber es ist ein anderes Thema. Aber ich weiß es, was du meinst an dem Fallbeispiel jetzt. So, ja, alles klar. Ihr habt das nämlich zum Beispiel, ich lefe euch noch ein Beispiel. Wenn ihr, sage ich mal, im Winter seid, ihr seid arbeitslos und, und, und. Dann kommt so ein bisschen Winterdepression rein, ihr habt keine Tagesstruktur mehr, ihr sitzt zu Hause, ihr hockt rum und dann werden die meisten Menschen so ein bisschen depressiver, schlecht gelaunt und so weiter und so fort. Und was hat diesen Menschen vorher diese Sicherheit, dieses Glücksgefühl so ein bisschen gegeben? Wobei Sicherheit aus meiner Sicht grundsätzlich auf diesem Planeten nur eine absolute Illusion ist. Sicherheit geben uns dann die klaren Strukturen, morgens aufstehen, Wasser trinken, Kaffee trinken, zur Arbeit fahren, arbeiten, nach Hause kommen, ins Fitnesscenter gehen und, und, und. Diese klaren Strukturen, die geben uns Sicherheit und auch Gewohnheit. Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Und wenn ihr halt hingeht auf einem Demokonto und einfach nur Abläufe übt, nicht dieses Handeln mit dem Geld an sich, sondern einfach Abläufe üben, wie zum Beispiel Nutrials viel nach Supply und Demandzone oder Liquidity Zones, ne? So zum Beispiel, ihr übt einfach diesen Ablauf, okay, ich suche mir meine Liquidity Zones, Demand Zones, Supply Zones, tack, boom, und mach dort meine Einstiege. So. Oder in meinem Fall zum Beispiel, ihr countet einfach die Wellen, tack, 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 eins, zwei, drei, vier, fünf, A, B, C, long, boom. Und diese Abläufe erliert es schon schwer, ja? Ich hasse es. Es macht Spaß. Wenn du Bock hast, kommst du Freitag mal mit zu uns dabei. Jetzt mal ein kurzes, dazwischen, ne? Ich glaube, du kannst fünf Elliott-Duellen-Trader an einen Tisch setzen und du kriegst fünf verschiedene Analysen. Kann gut sein, ja. Es kommt bei vielen hin, stellenweise. Ich bin allerdings auch der Meinung, viele verzapfen Mist und viele counten auch einfach Mist. Möglich. Ich hab da keinen Plan von. Für mich ist das, äh, weiß ich nicht. So, ich geh ja schon. Ich weiß, dass es funktioniert, aber ich hab, ich blick da einfach nicht. Ganz ehrlich. So, viele missachten manche Regeln immer mal so ein bisschen und im Grunde musst du immer nur dieses 5 zu 3 Muster suchen. Das reicht dir quasi. Egal, ob du Long- oder Short-Tradest, du musst übergeordnet das Ganze gar nicht counten. Du kannst auf dem, ja gut, ich versuch damit zwischendurch auch immer mal zu scalpen, manchmal mehr schlecht als recht. So, aber das krieg ich auch noch geknackt. So, wenn ihr dieses 5 zu 3 Muster einmal euch eingeprägt habt und das Ganze dann, sag ich auch mal, trainiert auf Demokonten, tak, 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 dann habt ihr diese Sicherheit und wenn ihr bei den Demokonten schon merkt, okay, ich schlittere hin und her und halte mich nicht ganz strikt an die Strukturen und an die Regeln, die ich mir aufgesetzt hab fürs Traden, ja, wenn das beim Demokonto nicht funktioniert, wie soll das dann funktionieren, wenn ihr ein 1000-Dollar-Konto damit an die Börse geht oder ein 10.000-Dollar-Konto, wie soll das da dann in diesem Moment funktionieren, wenn ihr beim Demo-Trading schon nicht die Disziplin aufbringen könnt, eure Strategie konstant durchzuziehen. Für sowas halte ich das Demo-Trading für sehr, sehr sinnvoll. Ja, also da, in dem Hinblick mit Strukturen und sowas bin ich da absolut bei dir. Ist extrem wichtig, weil Mensch, wie du auch gesagt hast, ja, nicht Alltagsmensch, jeder Mensch Gewohnheitstier. Gewohnheitstier, genau. Ist einfach so veranlagt, jeder hat seine Gewohnheiten und sowas und genauso funktioniert es beim Trading. Wenn du an der Strategie festhältst, dich daran hältst, auch an die Regeln etc. pp., dann gewöhnst du dich dran und dann kommt auch immer mehr Sicherheit einfach da rein. Stimme ich dir voll zu. Genau. Einen letzten Punkt habe ich noch. Trading-Tagebuch, ja oder nein? Für viele ist das ja so ein bisschen E-Trading-Tagebuch schreiben, ist ja eklig. Ist ja nur was für Mädchen in Teenager-Alter oder sowas. Was ist ein Trading-Tagebuch? Junge, du hast das große Buch der Markttechnik gelesen und weißt nicht, was ein Trading-Tagebuch ist. Ich habe sowas noch nie, das habe ich wahrscheinlich überflogen, weil ganz ehrlich, erstens ist mir der Begriff nicht in meinem Kopf und zweitens, erklär es mir. Ja, du machst mich fertig. Nein, Quatsch. Alles gut. Trading-Tagebuch im Grunde ist, ich gucke gerade mal, ob ich es bei mir auf die Schnelle auch gefunden bekomme. Das ist quasi ein Paper, ein Blatt Papier, wo ihr eure Trades sehr, sehr strukturiert notiert. So, und woraus ihr dann lernt, denn wenn du vor zwei Wochen einen Trade aufgemacht hast oder vor einer Woche einen Trade aufgemacht hast, kannst du noch sagen, wieso, weshalb du diesen Trade aufgemacht hast? Ja gut, das mache ich in meinem Kopf halt mittlerweile, sowas schreibe ich mir halt nicht mehr auf. Wenn ich in einen Trade gehe, überlege ich mir auch, beispielsweise hier Überschneidung, Demandzone, Golden Pocket mit Übereinstimmung fertig, das war der Grund für den Trade jetzt beispielsweise. Viel Liquidität, Vektor-Candles etc. Das ist halt für mich dann ein Grund in den Trade reinzugehen, aber das schreibe ich halt ehrlich gesagt nicht auf. Nicht, ich notiere mir jeden Einzelnen. Also es macht glaube ich schon Sinn, ich meine steht in dem Buch, also macht es wahrscheinlich auch Sinn, aber ich habe es halt nie gemacht. Macht glaube ich schon Sinn am Anfang, sich das vielleicht mal zu notieren und auch die Überlegung, hey, wieso bin ich hier überhaupt reingegangen? Und ich bin dann aber eher so ein Fan zu sagen, wenn der Trade nicht funktioniert hat, dann nochmal zu hinterfragen, wieso, weshalb, warum ist das jetzt passiert? Das macht meiner Meinung nach mehr Sinn, aus fehlerhaften Trades zu lernen, anstatt die positiven Trades nochmal ein bisschen Recap zu machen. Macht weniger Sinn, meiner Meinung nach. Also lieber verlustreiche, weil aus Fehlern lernt man, das ist auch so Naturgesetz und aus Fehlern stärkst du dich ja auch im Endeffekt nochmal ein bisschen genauer. Ja klar, gebe ich dir recht, die Fehlerchats sind auch so immer die ziemlich interessantesten quasi, wo, wie man dran arbeiten kann. Also für mich liefert das halt einfach, da ich ja auch Algorithmen entwickle, beziehungsweise dabei bin, liefert mir das sehr, sehr viel Input zu gucken, was hat der Markt an den und den Stellen gemacht, was haben die und die Indikatoren in diesen Momenten gemacht, weil ich immer sehr, sehr viel mische, so ein bisschen zwischen den Oszillatoren, um mal hier zu gucken, mal da zu gucken, was machen die Kälter-Channel, was machen Bowlinger-Bänder und und und, um dafür so ein Gefühl zu bekommen. Mein Grundsystem nach Elliot-Wellen ist quasi immer gleich an der Stelle, aber sowas las ich dann alles immer mit einfließen und schreibt mir das dann quasi mit auf in diesem Moment und vor allen Dingen für Anfänger ist das, finde ich, sehr interessant, was man auch daraus mitnehmen kann. Ansonsten gebt ihr eurem Ego auch jedes Mal die Chance, euch selber zu übergehen und euch selber zu überlisten, wenn ihr euch das nicht aufschreibt. So, ich lese mal ganz kurz vor, was bei mir so an wichtigen Sachen drin ist. Datum, Uhrzeit, Demo, Echtgeld, Instrument, womit habe ich getradet, Elliot-Wellen, Indikatoren, whatever muss da halt rein. Bewertung des Trades, dann die erste Frage, Trade wahllos zufällig eröffnet oder nach Plan? Falls planlos, weshalb? Und das sind dann die Punkte, wo euch dann wirklich ins Gewissen gerufen wird, wenn ihr ein Trade wahllos nach Bauchgefühl aufgemacht habt, ey, okay, da habe ich in diesem Moment scheiße gebaut. So, Verluststopp, Fortrade, Eröffnung gesetzt und eingehalten, ja, nein, falls nein, warum nicht? Ist für mich ja eigentlich auch schon obsolet quasi, weil ist immer drin. Gewinn, Ziel vor Trade, Eröffnung gesetzt und eingehalten, für viele auch so ein wichtiger Knackpunkt, denke ich, da einige hingehen und frühzeitig Gewinne mitnehmen, kennt man ja auch, Verluste werden laufen lassen, Gewinne werden frühzeitig zu früh mitgenommen, kennt man ja auch bei vielen. Mach ich auch. Oder auch noch nicht. Also ich meine, nee, also was Gewinne und sowas, ich nehme frühzeitig schon immer Profite. Ach so, ich überhaupt nicht. Mir gibt es ein bisschen mehr Sicherheit, ne, also wo ich mir denke, jo, okay, Trade ist genau jetzt erstmal in die richtige Richtung gelaufen. Ich bin so ein Fan, ich sage es mir immer drei Take Profits. Ja, ist ja auch völlig okay so. Es geht ja in erster Linie auch darum, dass du dir im Vorfeld deine Gewinnziele so ein bisschen setzt oder weißt, okay, da nehme ich TP1, da TP2, da TP3. Und viele halten diese Sachen halt auch nicht ein. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Und wenn du dir das halt aufschreibst und dir dann drei, vier Tage später noch einmal anguckst und siehst und denkst, oh, habe ich da Scheiße gebaut. Zum Beispiel halt. Oder was auch interessant ist, was ich drinstehen habe, was ein sehr wichtiger Punkt ist, Gefühlslage und Verhalten während des laufenden Trades. Trade angespannt verfolgt und unter Umständen manuell eingegriffen. Trade entspannt in der Beobachterposition laufen lassen oder sonstiges und Gründe halt unten hinschreiben. Auch sehr interessant für viele, weil am Anfang kennt jeder, ihr habt eure Trades angespannt verfolgt, habt die ganze Zeit davor gesessen, obwohl Stop Loss Take Profit drin ist und beobachtet den Markt, guckt dann immer, ah ja, das könnte noch und die jenes und äh, ich sehe, dann lächelt schon. Ja gut, es gibt solche Situationen, habe ich teilweise immer noch, wo ich mir, ah, also wenn du, ich meine, du bist, es gibt auch Trades, die überlegst du dir zehnmal, ob du die eingehst oder ob du sie nicht eingehst, dann gehst du sie ein. Da frage ich mich teilweise schon selber, ist es dann überhaupt richtig, in solche Trades reinzugehen? Weil wenn du schon ewig lange überlegst und dann, dann fängt nämlich dieses Kopfratern an, wie du sagst, dann überlegst du, ah, war das jetzt richtig und sowas und dann fangen diese Selbstzweifel schon wieder an und dann denke ich mir auch so im Nachhinein, okay, das nächste Mal machst du es einfach besser so und lässt einfach den Trade. Du musst ja nicht im fünf Minuten Tag traden, also das ist ja auch immer so ein weit verbreitetes Ding, dass du musst, du musst, du musst traden, ne, ist ja pure Schwachsinn. Also, wenn sich was ergibt, dann tradest, wenn du dir da sicher bist, aber wenn du tausendmal überlegst, rate ich da immer ein bisschen von ab. Ja, so ihr müsst nicht jeden Tag traden, ihr müsst nicht jede Woche traden oder whatever an der Stelle, so tradet das, was ihr seht und fangt nicht an dem Markt irgendwas an der Stelle aufzuzwingen. Bringt überhaupt nichts und auch an der Stelle nochmal der Hinweis, sucht euch ein, zwei YouTuber aus, die ihr verfolgt, die ihr guckt, aber guckt nicht sieben, acht, neun Trading YouTuber gleichzeitig und dann ist das der eine sagt aber das, der nächste sagt wieder jenes und pipapo und tralala und dann zerballert ihr euch da selber in diesem Moment auch wieder. Also, ihr könnt natürlich schnürfen und euch rumsuchen und rumgucken und es ist mir auch egal ob ihr mich verfolgt, schaut gerne bei Manu vorbei, bei anderen großen, die es gibt, whatever an der Stelle, Hauptsache ihr legt euch dann auch so ein bisschen fest und findet euer System. So, den letzten Punkt, den ich halt noch mit draufstehen habe, beziehungsweise einer der wichtigsten, die Lektion, diese Lektion habe ich aus diesem Trade gelernt. Für Anfänger auch immer sehr, sehr interessant. Für mich interessant, weil ich es immer mit anderen Indikatoren kombiniere, um mir diese Auswertung halt zu holen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die ihr mitnehmen könnt. Diese Lektion habe ich fachlich und mental aus diesem Trade gelernt. Zum Beispiel, die ersten 500 Trades oder 50 Trades habt ihr angespannt verfolgt und daneben gesessen und dann irgendwann drückt sich das raus, wenn ihr das niedergeschrieben habt. Ich habe gelernt, ich muss den Trade nicht die ganze Zeit angespannt verfolgen. Dadurch, dass ihr das runterschreibt, meine Deutschlehrerin hat immer gesagt, durch die Hand in den Verstand, kommt das alles Step by Step. Was? Ich erzähle zu viel. Meinst du, ich glaube, ich weiß schon, wie du es meinst, dass du, wenn du es aufschreibst, checkst du es schneller, ne? Ja. Das gilt ja generell, also, wenn du etwas handschriftlich aufschreibst, checkt dein Hören es deutlich, deutlich schneller, als, beispielsweise, wenn du es nur am PC eintippst, weil du ein ganz anderes Gefühl dafür hast, für die Worte, die du eintippst. Deswegen, ja, finde ich Trading-Tagebuch, finde ich gut, wenn man es macht, aber ich finde dann auch, wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, äh, schreib es händisch auf. Ja, mache ich auch. Ja. Ne, weil das ist ein wichtiger Punkt, weil du checkst es mehr. Man kann, ich meine, jeder kennt es in der Schule, ey, schreibst einen Aufsatz, du kannst dich daran mehr erinnern, als wenn du jetzt am PC wahrscheinlich diesen Aufsatz geschrieben hättest, Was hast du da eigentlich gelabert und so, weil du dich mehr konzentrierst einfach auf die Schrift und sowas. Also, ist ein wichtiger Punkt, das auf jeden Fall zu machen. Stimme ich dir zu. Von meiner Seite, ich habe quasi keine wirklichen Fragen mehr oder was man jetzt gerade so aktuell noch einbringen kann, da das Ganze halt auch ein bisschen spontan gestaltet gewesen ist. Ne, passt doch. Welche wichtigen Punkte? Ich finde für die erste Folge jetzt zu dem Thema, äh, finde ich es top. Können wir auf jeden Fall drauf aufbauen, jetzt immer wieder mal, dass wir immer mal so die Folgen mit reinbringen und ich glaube, das kommt auch sehr, sehr gut an, weil es auch ein extrem wichtiges Thema ist. Manche denken sich, äh, was labern die da vielleicht, aber es ist halt einfach mit oder ist eigentlich das wichtigste Thema im Trading. Natürlich Strategie ist das eine, aber, äh, die Hintergründe oder wie schaffst du es überhaupt, ist halt einfach das A und O in dem Business. Und das checken halt die Leute einfach nicht, meiner Meinung nach, weil es, weil es halt einfach zu einfach gemacht wird. Also, weiß ich nicht, jeder kennt es, ich meine, guckst ein bisschen YouTube, oh, easy, easy peasy Trading, oh, ich wurde hier angeschrieben und dann siehst du irgendwelche Bilder hier, 1000%, 2000%, aber was die Leute teilweise für Arbeit vorher reingesteckt haben, ne, oder Zeit da reingesteckt haben, und das wird halt teilweise gar nicht gesehen. Muss aber auch offen kommuniziert werden, meiner Meinung nach. Genau, das kostet mega viel Zeit oder zum Beispiel, du siehst ja easy, mal so ein Head & Shoulders Pattern. So, das findet man ja relativ zügig, aber wie viele kriegen mit diesem Head & Shoulders Pattern permanent auf die Fresse? Ganz, ganz viele. Wie funktioniert dieses Head & Shoulders Pattern oder was steckt dahinter? Warum spielt sich dieses Pattern denn aus? Und warum spielt es sich manchmal in diesem Moment nicht aus? Ich meine, mit Elliot deckt es sich wunderbar. Top Welle 3, Welle 4, Welle 5 ist der Kopf, Welle A, Welle B ist rechte Schulter und dann geht's runter in der C. Ja, nach FIP kannst du es auch gut machen. Davon habe ich doch keine Ahnung. Hä, Elliot Welle ist doch FIP-Level, oder? Nee, ist es doch nicht. Ja, aber ich habe keinen Plan, wo du bei einem Head & Shoulders FIP-Level siehst. Ja, das kann ich dir mal zeigen. Im Off. Ja, gut, nee, dann würde ich sagen, war eine sehr, sehr gute Folge auf jeden Fall. Gerne mal euer Feedback in die Kommentare, ja, Telegram etc. pp. Gerne da zuschreiben und noch ein kleines Dankeschön für die Leute, die mir, oder uns besser gesagt, schon diese Spotify-Rap-Dinger, die da überall jetzt rauskommt, das, wo wir gestern die kurze Unterhaltung drüber hatten, dass manche Leute wirklich mir diese Spotify-Ausschnitte, die jetzt diese Jahresrückblücke kriegt und da manche Leute sogar uns dann in den Top 5 haben oder sogar teilweise auf erster Stelle, ist richtig geiles Gefühl, ich muss sagen, wo ich das zugeschickt bekommen habe, ist schon irgendwie geil, wenn man irgendwie so bei Spotify bei manchen Leuten dann so auf Rang 1 ist oder auf Rang, ja, in den Top 5 ist ja völlig egal, irgendwie ein geiles Gefühl, das mal so zu sehen, außerhalb von YouTube auch ein bisschen auf Spotify ja, hinterlegt zu sein, macht auf jeden Fall Bock. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung schon das ganze letzte halbe Jahr jetzt rum drüber und ja, das war's eigentlich jetzt so, was ich jetzt noch sagen wollte. Nächste Woche geht's dann auf jeden Fall weiter, dann hoffentlich mit Benji, dann will ich noch ein, zwei Sachen erzählen, aber dazu dann nächste Woche mehr und ja, da musst du dich jetzt gedulden. Da musst du dich jetzt gedulden, aber das, äh, sag ich dann nächste Woche, da hab ich mir jetzt schon ein paar Gedanken gemacht und ja, auf jeden Fall, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder, ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende und das letzte Wort, äh, ja, hat der liebe René heute. Ich geb euch mal einen richtig ruhig, richtig guten Tipp, ja, wenn ihr noch ein richtig cooles Trinkspiel braucht für Weihnachten oder sowas, ne, nehmt unseren Podcast und jedes Mal, wenn Manu M. sagt, trinkt ihr einen kurz. Ich schwöre euch länger, als ein Ruhigeschaft. es gibt ein viel, viel schlimmeres Wort, es gibt ein viel, viel schlimmeres Wort, was ich immer wieder betone und wo ich jetzt seit Wochen immer wieder drauf hingewiesen werde. Weißt du, was das ist? Wo? Im Endeffekt. Das ist das Wort. Ja. Da, ich krieg's nicht raus, das wurde in den Livestreams bei mir schon gesagt, das wurde in den Videos schon gesagt, ich krieg dieses Wort nicht raus und dieses M, ja, keine Ahnung, das war schon in meiner, in der Schulzeit so, aber scheiß drauf. Gibt. Hashtag, how I met your mother, aber M und einen trinken. Richtig. Nein, Quatsch. Nee. Viel Spaß bei eurem Trinkspiel. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, genießt die Zeit und ansonsten würde ich sagen, es hat mich auch sehr, sehr gefreut, bei einigen Leuten wirklich so hoch in der Rangliste zu stehen bei Spotify, hat mich schon mit Stolz erfüllt und daran sieht man dann auch nochmal die Erfolge, wenn man so viel Zeit und Arbeit da reinsteckt, denn das Ganze ist nicht immer ohne. Hab mich schon sehr berührt und dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg, man baut was Schönes auf. Vielen, vielen Dank an euch alle, ein schönes Wochenende, haut rein und bis zum nächsten Mal. Moin Flip Moin Flip